Ich heiße Sarah, bin acht Jahre alt und komme aus Syrien. Wenn ich groß bin, möchte ich Englisch lernen und eine eigene Familie haben. Die Verletzungen in meinem Gesicht und am Arm habe ich durch einen Bombenangriff in Syrien bekommen. Der Arm tut mir immer noch weh. Wenn ich an den Angriff denke, dann tut mein Herz weh und ich bekomme Angst. Ich wünsche mir Essen für meine Eltern und eine Puppe für mich selbst. Mein größter Wunsch ist es, eines Tages wieder in die Schule zu gehen. Wir sind vor drei Monaten wegen eines Bombenangriffs geflohen. Wir konnten nichts mitnehmen. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Hier schlafen wir auf der blanken Erde ohne Decken oder Matratzen. In der Nacht ist es sehr kalt. Wenn ich groß bin, dann möchte ich Baumeister werden und ein Haus bauen für meine Familie. Ich will nur zurück nach Syrien und Häuser bauen, sonst nichts. Ich will euch für eure Unterstützung danken. Mit sieben Euro kann ein Kind einen Monat mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Mit 14 Euro sogar zwei Kinder. Caritas und Du. Du. Musik Untertitelung des ZDF, 2020